So, Hi! Herzlich Willkommen zurück zu einer Folge Deaths Gambit. Wie ich gerade einfach mal wieder so zwei Minuten im Hauptmenü rumgegabelt bin, einfach nur um die Musik zu hören. Das ist Wahnsinn. So, wir haben da letztens ja noch was gesehen und das will ich mal erkunden. Was das jetzt natürlich ist, möchte ich ja wissen. Hi! Böse. Aha. Okay, aber... Echt, jetzt hätte man sich schenken können den Weg. Na gut. Hm. Hm. Da oben ist eine Buchseite. Hm. Naja, erstmal beide. Oh, Moment, 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 Moment. Das da wäre was? Falls du keine Phoenix für den Hass kannst du beim Götzen um neu bitten. Hi. Hi. Todes Pferd. Eulen. Hm. Ich... Das ist ein Stopper, der Gaul. Okay. Wir haben doch von dem... von dem Eulenkönig gelesen, ne? Hm. Hi. Der falsche König. Der falsche König. Nein. Ausläu. Ja. das war knapp ich hoffe jetzt auch immer so eine truhe das wäre nett na ich glaube nicht egal oh was ist das denn das ist mir jetzt erstmal heil ja nicht mehr so viel und meine verfluchte truhe ich habe eine truhe verdient da ist loot da oben müssen gegner ja schade aber gut zu merken dann da ist die nur von der richten zeit dürfen da gibt es hier nur unbesern knauf gut schade gibt es die mühe heißt sie extra nicht und dann schade 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 zentrales heiligtum schick zielenspalte das bild soll nach hinten wo ist das am ende der bewegung schaden bett für eine 16 sekunden bluten kann man mal machen kraft bringt mir nicht so wirklich viel technik wenn man sinnvoll schade die regenerationsrate der ausdauer naja weiß ich aber sie macht ein bisschen minimal will ich minimal merklich aber im schade wer hat das gesagt Hier, in eurem Welt, sind die Kräer auf meinen Augen. Als die Stadt von Aldrin liegt Keosho-Rai, in ihren Wäldern liegt eine Säurendem-Source der Immortanzität. Keosho-Rai, ich finde das interessant, und da steht ja Säure-Su-Rai, wenn man das so ausspricht. Keosho-Rai, okay, wenn man das versuchen zu merken. Du musst die zwei Bälle der Ascension erzählen. Dann findest du das Seul-Wessel, das dir mit dem Tod verbreitet. Warte, ist das dein Ernst? Der Tod ist cool. All das nur damit du sie noch einmal auf die andere Seite bringst. Ja, da meint er wohl hier die andere Ritterin, die wir im letzten Part gesehen haben. Die auch tot ist. Endless, glaube ich, hieße, oder? Oh. Bast. Das, was du hier hast, hast du schon lange nachgebracht. Juste als die Himmels abschneiden die Pious-Night-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis. Wenn du in das so etwas glaubst, bin ich Bast, Emissärer von Vildredor. Nicht, dass es hier nichts macht, Fähigkeiten kann einem beibringen, nicht? Meuchelmord, Frostbeule und Dolch-Teleport, aber werde ich wohl eben besagte Dolche brauchen. Nein, komm. Hm, Blottergeier. Was? Shieldbreak. Hm, alter. Da kommen wir noch nicht hin. Eine Seele, zwei Seelen. Dann gehen wir erstmal hoch. Ja. Hai hai. Siegur. Nein, aber ich bin schon mal unter euch geritten. Das klingt falsch. Ich glaube, das kommt mich am wenigsten. Ich bin schon tot. Der Tod hat meinen Weg mit Leichen gepflastet. Ich möchte ihnen die Ehre erweisen für das Opfer, das sie gebracht haben. Wenn du keine Intention auf zurückgekehrt, dann nehme ich das mit dir. Ah. Ich würde dich besser als die vorherige Ehrerin. Lass dich dann, bevor ich meine Meinung verabschiede und dich unter die Covenant servitude verabschiede. Ah. Das ist mein Zeichen der Herde. Die Abklinge zur Fission. Er frische aus. Im Kleid. Das ist mein Zehne. Ah. klingt interessant wohl schon sagen müssen wichser da in seinem kleinen kapuf hallo das ist egal dass du die stimmen ich würde die stimmen ich würde ja auch manchmal ja was hat er denn drachenbeere heiltvergiftungen ok wildschaben kränfeder heimkehrknochen kristallbombe feuerbombe war das lange schwert hätte schon interessiert aber 120 tagen schildes bundes biobuster wer besser als meine und 1100 schopf der geil schopf des gar ja sonstiges ein stein stein emblem dass ich anscheinend mit einem bild kommt ein schelm der bei beim daran an christopher torres denkt ok leider nach unten treten ok dann sind wir wieder hier gut sehr gut aber christlich Na, Flucht. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Hm. Ah, mit Blutungsdamage geht es einigermaßen. Da regeneriert es sich nicht mehr so schnell. Das geht. Oh, das war nicht gut. Nein. Die Frage ist, wenn ich sie kaputt habe, was dann? Ich komme da glaube ich nicht hoch. Shit. Nee, das hat ja noch keinen Sinn. Oh, da geht es ja noch weiter. Ja. Au. Ich sehe ja nicht mehr was. Nein. Oh my god. Okay. Okay. Egal. Oh. Das ist ja geil gemacht. Gut. Vor zwei Tagen. Ah, der erste Tod. Dude. Verflucht. Sie haben mich konstant lesen. Leute. Genau. ات haben wir schon mal gesehen. Mann. 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 hallo und ja ich weiß ich weiß oben links wird ein d angezeigt das ist vom entwickler so angegeben die trägt dieselbe rüstung wie ich was du wirklich gehen es ist zufällig seine schwester was seine mutter dann hat ihn gerade seine eine mutter geliefert oder wie wir oder was bist du der tod dann ist das hier die ich am meisten bedauere aber das ist mein zuhause meine familie tja er hat zum liefern was ist das aber ich will nicht sterben ich kann nicht kannst du nicht irgendwas unternehmen bitte nicht in der mortal realm nein aber so lange wie du hier bist Zurück in der Gegenwart. Hey, da wo wir abgelöffelt sind. Ich will meine Fede wieder. Sofort. Äh. Der Berg bewegt sich. Ich weiß, dass es keinen Sinn hat, was ich hier mache. Ich will meine... Meine... Mana-Leistel oben auffüllen. Äh. Ei. Hai. Alter, das hat jetzt die Wind nicht berühren. Das ist ja übel. Oh nein. Mach doch. Ei. Hab sie. Alles cool. Ah. Bin schon wieder weg. Das war knapp. Fast. Ich schau mich erst mal rechts weiter um. Das scheint mir dann doch eher so... Ja, kann man machen, ne? Muss man nicht. Wie... Äh... Der Friedhof. Der Axel 1. Oh, mieser Penner. Da kommen wir nicht hin. Oder? Nein. Ja, jetzt komme ich doch vermutlich hin. Jep. Mh... Moment. Moment. Kann er? Kann er nicht. Kann er nicht. Oh, hallo. Oh. Ich habe die ganze Arminen zu Fall gebracht. Du hast nicht die geringste Chance. Wasch das für mich an. Hm. Niemand kommt nach Allwind hinein. Niemand. Der hat dich gefickt. Der hat dich gefickt. Naja. Geben wir halt einen anderen Weg. Nuh? Ey. Ich habe das genau gesehen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was kleines das rumholt? Aha. Die saufen? Okay. Laute dem Wind. Sieh wie die Sonne aufgeht. Im Eilsche durch die Hick-Schatten. Ah ja. Hm. Was trinkst du da? Ich möchte dasselbe. Ja, Langbein. Trink. Gino der Erste. Hick. Lambeckchen, der über die Brücke geht. Lambeckchen kommt nach. Nach. Gino vergisst. Trinken? Trink, Langbein. Ist Gast fürs ganze Leben. Grimgauts Gebräu. Hm. Ah, Langbein. Ich nehme jetzt kurz. Genieß. Sagt die Gino. Hick, genieß. Ich möchte das lesen. Äh. Verlängert ihre Regulationszeit der Außer und erhöht. Ah, grünes Kraut. Die Schaden zu 25. Ah. Okay. Besser als grünes Kraut. Wo geht's rein? Der Bulwark ist ein dienstbarer Kämpfer, der feste Gewohnheit. Gewohnheit der festen Gewohnheiten. Der Bulwark ist ein dienstbarer Kämpfer der festen Gewohnheiten. Die unerschütterliche und unsterbliche Kreatur wurde von Erweckten gepflanzt. Und ihre Wurzeln reichen bis tief ins Erdrecher. Da war das der Bulwark, was wir da im Hintergrund gesehen haben. Woppa. Woppa. Okay. Oh, oh. Vergiftet. Naja. Dann. Komm, das schaffe ich. Ja. 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 Ah, der Penner. Ist auch vergiftet. Okay. Hm. Zauberklinge. Hm. Schaut nach Katana außen. Zauberklinge. Erfordert 50... Oh. 46 Schaden. In Legions passiert. Puh. Eine Legions 2. Pulser der Beinschutz. Eine Leuchterrotte. Hm. Alter. Einfach mal wissen. Godbrick. Nein. Du bleibst hier. Oh. 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 Böse Gegner. Hi. Ah, du guter Gott. Au, au. Hallo. Geh weg. Lass mich. Wow. Okay, der macht böse Damage. Hoffentlich geht der... Das war knapp. Da ist immer noch da unten. Uiuh. Ich gehe lieber wieder zurück. Alter, ich sage gut, ich weiß, dass du da bist. Was ist das? Pferdchen rufen. Ah, da sind wir rein, okay. Okay, wenn ich hier vorsichtig runtergehe, muss das gehen. Sup. Der Bulwark ist ein Relikt, der eilt hier, die über große seelische Energien verfügten. Seine Rüstung besteht aus einem wandelnden Sarg, ein Vorläufer der heiligen Ritter, die ihm aufs Wort folgen. Ring. Ich denke mal, wir müssen da rein. Oder? Ich hätte mein Pferd rufen können. Egal. Ich denke mal, der Drachenritter würde mich vom Gaul holen. Mist verschlossen. Okay. Ja, er ist oben rum. Mal versuchen, oder so. Ach, halt, nein. Wir haben ja noch den Weg nach unten. Stimmt ja. Wir können da ja noch nach unten gehen. Hier. Okay. Wir sind zwar nicht fürs Rasen, wenn wir bezahlen, aber ist egal. Wenn ich schon mal hier bin. Einbruch der Dunkelheit. Oder der Baum will jemand. Ja, da. Was ist das denn? Oh, mein Gott. Oh, bin tot. Ich muss da wieder hin. Das ist nix. Okay, ähm, dann vielleicht noch einfach den Dumbo-Weg oben durch den Haupteingang. Puh. Scheiße, ist nur. Zack, 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 zack. Schnell meine... Meine... Mein Eigentum grabben! Nein! Haar, runtergefallen. Ja! Schlecht. Puh. Nein, lasst mich, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Ja, ja, schon, okay. Bin auch zu schwach für euch. Hab schon verstanden. Gut, dann bleibt man so ein, die wir schon noch einen Weg. Ja. Ja, ich nehme mir natürlich mit. Ah, das ist eine Kristall-Echse. Das ist eine Kristall-Echse. Hm. Okay. Nein, komm, hoch. Ob so hat das wohl jetzt nicht... Na. Ja, das ist ja eh mal hier. Naja, dann... Bleibt uns jetzt noch groß. Oben liegen soll, da wo dieser Speer-Drachen-Typ war. Hm. Okay. Ja, oder halt einfach mal probieren, oben doch einen Haupteingang rein. Warum denn nicht, ne? Der Bulwark. Phase 2. Okay. Aua. Oh, keine Ausräume. Aua! Oh nein. Ach du Scheiße. Tod. Nein, noch nicht. Jetzt aber. Hm. Geht aber. Geht aber. Warte mal. Das heißt jetzt was? Geht aber. 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 alter instant kill okay ja aber das denke ich muss das jetzt erstmal für gewissen muss man schauen was ich gegen den bach also wir sehen uns beim nächsten mal bis denn dann